Hallo und herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge ARK, Survivor Evolved. Äh, nein stimmt ja gar nicht, wir sind ja ja Empyreon. Aber äh, ja, gerade noch fast ein, ich bin im falschen Spiel hier, weisst du mal schauen, ob da ein neues Viech da ist. Boah, Zeil, Anton. Hallo und herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge Empyreon mit euer Manulu. Schön habt ihr eingeschaltet. Ich hoffe euch geht's auch noch gut. Ihr seid alle gesund und fräßig. Schaut wer da dabei ist. Hi, Späcki. Hallo Janu und hallo zusammen. So, endlich hat's geklappt. Wir sind jetzt nicht mit Tamachi unterwegs, sondern mit Tönkel. Tönkel? Also, ich habe selber hier gesagt Tönkel. Tönkel? Keine Ahnung. Tönkel? Irgend so was? Tönkel, das ist etwas ähnliches wie Hamachi. Ähm, nur ist eine Idee viel komplizierter. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, es funktioniert. Hauptsache, wir können zusammen zocken. Ähm, da möchte ich noch ein liebes Merci sagen. Erst einmal an meine zwei Abonnenten, die wir den T-Pay geben. Äh, also erst einmal Merci den Freeman, liebe Gruss von mir. Und der andere ist... Dran Tubakis? Genau, Dran Tubakis Elbe. Ähm, der ist ein Schweizer. Er macht hier selber auch Let's Plays. Äh, häufig Hochdeutsche. Wenn ihr mal gute Hochdeutsche Let's Plays schauen wollt, schaut ihr mal bei ihm vorbei. Äh, danke auch. Äh, in deine Richtung. Hier. Ähm, was wir jetzt schon alles gemacht haben, wir haben Medic Station gebaut, wir haben äh, Sauerstoff. Äh, weiterhin gesehen, wir haben unsere Helme abgezogen. Schau dir das mal an. So hübsche Buben sind wir. So richtig russisch verschlagene Köpfe. Weil wir sie einfach nach zwei Folgen, und äh, verzweifeltem Versuchen Oxygen auffüllen, gemerkt haben, dieser Planet hat Sauerstoff. Haha, fantastisch. Kann man sich ein wenig auf andere Sachen konzentrieren. Weil wir müssen nämlich, wir haben uns jetzt äh, äh, ein wenig Gewehr gemacht, ein wenig Munition gemacht. Und jetzt brauchen wir verschiedene Züge. Wie der Tinger Magnesium, aber das ist Nummer 2. Und wir brauchen dringend... Am wichtigsten Energie. Genau. Und äh, der Spank hat das schon entdeckt. Unser Trapper da. Sind sie die richtige? Absolut. Eben, neuerdings hat man ja oben rechts so eine Map. Der zeigt das so ein wenig an, was alles rum ist. Wenn er etwas suche, dann lauf ich mal eben in eine... Richtung dort oben. Aber erkennen, es sind zwar unterschiedliche Symbole, aber irgendwie erkennen tun ich sie nicht. Was ich genau meine? Nein, ich bin es jetzt auch nicht. Äh, Spanky! Äh, Spanky! Äh, Spanky! Mischpeicher! Piaatsch! Hey! Einmal zu viel. Hey, hast du schon drei geschossen? Nice. Äh, ja, einmal habe ich geschossen. Was selbst nicht erreicht. Du, die Tritze sind ja das Viech zerstört, oder? Oder nicht? Ist das alles... Haben die da einen Monster-Bug? Hat er dabei? Acua Plansprout. Irgendetwas, was man kann. Tanzen? Oder was ist das? Ich muss doch diesen Monster-Bug hier ansehen. Alle sind da noch rein verpackt. Was? Oh, ich muss noch einen anderen. Ja, was kommt jetzt der andere auch noch? Kann ich doch ein bisschen sein? Ja, jetzt kommen alle von mir! Okay. Das Teil ist noch effektiv, was du gemacht hast. Was? Fiber? Das Teil hat Fibers dabei. Okay. Ja, wie du schon bei der lustigen Eröffnung am Anfang gesehen hast, hat es jetzt hier neue Triceratoptoren. Also, ob die hier gleich heissen. Ich habe nicht zusammen gesagt, Triceratoptoren. Ja, sie toben, ja. Nein, sie toben eben nicht, sie sind ganz friedlich. Triceratoptoren, ja. Aber, Anu, was ist das für eine grüne Sicht am Wasser? Was sagst du denn? Das ist eben das komische, einäugige Schleinteil, wo ich eben nicht weiss, ob es jetzt gut ist. Ich meine, es ist eine kleine Version von Godzilla oder so. Also, ich würde sagen, Helm auf und ab das Wasser. Helm auf. Weil, sonst, er saufst. Ja. Uh, das ist aber tief. Nein, kann das auch nicht? Ich habe gemeint, ich habe dir irgendetwas von Schwimmen erzählt. Oh, das habe ich eigentlich auch gemeint. Geil, komm vorwärts. Ah, warte mal, drück mal E, blieb auf E drauf. Auf E drauf? Nicht mehr jetzt. Nein, das haben wir eingebildet. Ah, nein, das ist nur, wenn es am Boden ist. Okay, ob das Säckchen geht nicht. Ja. Ah, immer ein wenig mit dem Ding spielen. Mit dem Jetpack. Irgendwie. Ah, es haben echte Tritzis dabei. Irgendmal so Tritzi rumlassen. Hm, ich weine wirklich. Ich muss sagen, ein wenig Grasse. Ja, schon. Das ist halt nur Grasse. Jetzt müssen wir nochmal das Wasser. Ja, ja, komm, komm, komm. Wie hat zwei Schüsse, du, der ist mal raus. Was ist denn das für ein Viech? Oh, ja, gut, vielleicht. Vielleicht brauchen wir, wir brauchen es bald mehr. Okay, jetzt noch ein bisschen. Kommt sie. Boah. Also, jetzt gehen wir wieder ein wenig. Schwimmen. Oh, Magnesium gefunden. Schau, hier können wir gleich noch abbauen. schön, ja. Nice der Scheiss. Ja, kommst du kaum mehr vorwärts. Nein, du musst vom Boden und laufen, das ist dunkel nicht gerade am schnellsten. Naja, Jetpack brauchen wir, ich habe jetzt gerade 10 Meter verloren auf dich. Ah, das ist einfach ganz schämütlich. Ich kann nicht endlich tun, aber es passiert ja in dir jetzt die Arschiess. Nein, ich sterbe. Okay. Das wissen wir doch. Ah ja, stimmt. Ja, die neuen Patch haben wir es noch nicht probiert. Ja, aber ich will jetzt nicht sterben. Jetzt kannst du schon die Basis machen. Hey, weißt du was, warte, du musst ganz kurz bleiben stehen. ich nehme ein ganz leichtes Problem. Und zwar, so. Ich kann noch anvisieren, wenn ich laufe. So. Hä? Ja, eh. Hä? Hallo. War das Problem? Ja, überhaupt. Ah nein. Das Problem ist, du warst nicht zu fort, oder was? Nein, ich musste einen neuen richtigen Aufnahmekanal joinen. Bevor der Rinder rein kommt und hoi zusammen, mach ich durch. Wolltest du, wenn wir sie aufnehmen? Ich bin mal voll vergessen. Also, wir reisen im Alter manchmal nicht mehr so, die Szene ist nicht mehr so aktiv. Nein! Nein, nein, nein! Magadam ist jetzt wahrscheinlich das Tangle so komisch von gekommen. Ja, das Tangle. Wollen wir sie einfach wie kennen. Also, das ist nicht mehr old school, das Tal. So, schau. Ah, nimm sie. Ich gehe aufhänger. Prometheum. Das war ein Teil, das hat es richtig gegeben. Das wäre geil, ja. Uh, schön blau. Das brauchen wir ja ganz dringend für Batterien herzustellen. Ohne diese funktioniert gar nichts. Hast du viel zu laut? Ja. ist doch recht gut, ja. Ich hoffe, ich gehe nicht wieder durch den Boden. Wir müssen schon einmal so durch den Boden gehen. Ich glaube, das ist schon mal passiert. Aber was du im Inventar hast, verlierst du ja nicht. Ja gut, das stimmt, ja. Let's play, muss ich mir auf den Kopf brechen, ja. Ich glaube, ich muss jetzt hier das Umgebungsgeräusch noch ein bisschen anziehen. Sonst muss ich eher das Maus schreien. Redet schon automatisch, Leute, ja. Was? Ihr seid extra normal gesagt. Oh, das ist ein ganz kleines... Was ist das? Das war 6-3. Das ist weg. WTF, Mann. Was hast du so dabei? Ich habe... Ich habe... Boah, ich habe 45. Wow, 6-3. Leer. Okay. Copper. Wollen wir noch das Magnesium gehen? Unbedingt das Magnesium. Wenn wir schon gerade hier sind. Ich laufe draussen. So lange wie es geht. Ja, ja. Dann wäre der Tritzi. Und der Killer habe ich. Irgendwie spoilt nichts. Er kann nichts. Ja. Das Richtige. Ja. Die andere hat er. Also, take it all Punkt ist immer noch das. Was ist das? Oh, wir müssen jetzt nicht mehr so ausfallen. Ja, ja, ja. Wenn du den Pfeicher ausnimmst, dann musst du dir schon. Aber du kannst zum Beispiel... Ähhh... Wie heißt er? Das ist unser Prozess für ein Baby-Mörder. Das ist nicht alles voll mit Fleisch. Magnesium. Von was hatten wir es? Kinder, Fleisch. Ich weiß es nicht. Es ist egal. Wir können endlich den Helm abziehen. Meins? Nein. Hat er den geklaut? Nein. Nein, Soho. Du hast schon bespult. Das hat es von oben aus Magnesium schneiden. Ja, ja. Das ist jetzt Grösse 9. Das hätten wir jetzt etwas mehr ausbekommen. Ja, viel mehr. Magnesium brauchen wir vor allem zum Munition herstellen. Ja. Ein Bestandteil. Das sind auch blöd-aggressive Pflanzenfächer. Aber sonst kommen fast Vögel. Dann werden meine ganze Start-Munition verballern. Nur in der ersten Nacht. Ja. Du bist dann trotzdem fast gestorben. Du, das schneit Magnesium. Meiss. Ja. Ich bin ja recht eingedeckt. Ja. Das lernen wir auch nicht, oder? Und wie viel sind wir da rausbekommen? Ja. Mal schauen. Vielleicht ist ein paar vorne leer. Ja. Ja. Wir haben noch recht viel. Dreimal. Also ich kann noch dreimal machen lassen. Ja, ich auch. Ich habe. Obwohl der erste jetzt langsam durch ist. Ah, schön, schön, schön. Sieht fast aus wie man den Schnee abbauen würde. Gut, das müssen wir auch nachladen. Ja. Wir haben hier natürlich ein paar Pflanzenfächer. Was? Mit der Naus. Ah, nur mal geschaut. Sieht nicht der Naus. Ähm. Ich bohre mich da ab. Ich habe normal noch eine Sicherheitsausgang. Ich bin mir sinnvoll. Wir wissen ja, wie das geht. So kommt man nicht mehr raus. Mhm. Aber eben so lange noch genug Saft geht das eigentlich schon. Ja, ja. Und sich halt wieder ausbohren dann. Ja, mir ist es eben auch schon passiert, dass ich äh... nichts mehr hatte, um nachladen zu lassen. Ja. Und das Jetpack nicht gelangt hat. Aber das habe ich mir gelegt, die ich vorne holen kann. Ja, ja. Das ist dann so so. Also, ähm. Ich hatte einen Schwein. Es waren Leute da rum. Nein, bist du im Arsch gewesen? Nein. Ah, nice da. Ich glaube, wir haben... eh, seitlich keine Munitionprobleme. Ja, denn das nächste Problem ist dann Eisen. Aber... dann ösen wir auch noch weiter. Jojo, wir haben ja mit uns noch alles gefunden. Ja. Das ist alles, was wir auf dem Planeten finden. Ist nicht noch Kupfer gerade in der Nähe gewesen? Kupfer könnte man auch gleich mal versuchen. Äh... Kupfer habe ich in Richtung Escape Pod gefunden vorhin. Okay. Escape Pod über dem Hügel. Oh, schön, 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 schön. Göttlich die Munition da. Jetzt können sie von mir aus die blöden Pflanzenviecher kommen. Mhm. Aber wie gesagt, die Eisen brauchen sie ganz dringend, um grossartig viele Ladung und Munition zu machen. Ah, wie sich das stapelt hier unten. Von mir geht auch noch alles nicht. Na gut, viel bleibt jetzt gleich runter. Also ich habe 334 im Moment. Mhm, 318. Puh. Ja, das ist eine grosse Mine hier. Jetzt können wir dann auch mal wieder retour machen, nicht gleich bis auf die Grundmauer. Ja. Ich würde so sagen. Aber es gibt schon etliche Dinge, was wir hier haben. Du siehst, jetzt müssen wir ins Club schon wieder ein kleiner. Innen. Nein, da hinten ist offen. Ja. Hallo. Ja. Ja. Ist es gegangen? Cool. Ja. Also, da hinten haben wir noch einen Copper. Finden wir den Copper auch noch mit ihnen? Ja. Ja. Einen Eisen wäre brutal wichtig. Ja. Copper heim. Da bin ich nämlich schon einmal angebaut. Okay. Das ist schon fast versehentlich, gar nicht gemerkt, dass ich noch eine Startladung habe. Es wird langsam Nacht, ich werde eigentlich lieber nach Hause. Langsam nach Hause zu, alles umlaust, ist unterwegs über den Weg. Mit dem Helm anlegen. Oh scheisse, das Glück sei es. Und wenn ihr... Ich meine, sie hätten so ein Schwimm-Update drin. Ich habe das auch gelassen, aber... Müssten wir einmal die Kontrolls anschauen, wie man schwimmt. Wenn wir zu 30 sind, dann kann ich noch gut Fleisch gehen. Und das ist der Schwächste von hier. Ah, das Pflanzenviecher! Pflanzenviecher! Mehr als eins! Da kommt noch ein Auge! Das ist ein Auge! Leimtuch! Pflanzenviecher! Hier anfangen wir die Pfeiffern. Pflanzen drin? Da kann man irgendwas abpflanzen mit denen! Keine! Ich habe das! Da haben wir alles. Ah, ich hatte sie schon wieder. Die Ohren geladen und bereit. Die machen so doofen Geräusche. Die gehen schon jetzt auf die Nuss. Well well. Jetzt ist es nichts. Ah, es hat nicht gelang bis oben. Nein. Ich habe cool gesehen. Es gibt sicher noch etwas Action bis wir zuhause sind. 300 Meter, wirklich. Ja, das ist wirklich. Vor allem können wir jetzt einfach etwas Salami herstellen. Ich habe das ganze Inventar voll Fleisch. Ja, ich habe ein wenig wieder Hunger. Das ist ja gut. Es trifft sich. Also ich kann gar nichts mehr tragen, aber wenn du links ein Stridsi noch mitnehmen willst. Musstest du sagen, können wir rechts aussen. Hm, dann gehen wir heim. Okay, gehen wir heim. Wenn ich gerade den ganzen Planeten ausrotten. Hm. Das ist das... Das reicht, wenn es die Menschheit schon macht. Ja, das stimmt. Ich will jetzt gleich... Fibers mitnehmen. Unbedingt. Und hier gibt es keine Blumentöpfe. Die Pflanzenviecher gehen ja an Fibers. Das ist noch cool. Ich glaube, es sind immer so etwas zum Anbauen, so etwas komisches. Das muss man unbedingt anbauen. Das nimmt mir Wunder, was es da gibt. Ja, das nimmt mir auch extrem Wunder. Fleisch fressen die Alienpflanzen. Vielleicht haltet es dann nachher vom Leib. Eine Pflanze, die Fleisch abwirft oder so. Sehr gut. Das ganze Fleisch ist göttlich. Wow. Okay, ich stelle mir etwas Salami her. Ähm. Aber... Darf ich dann Amine schnell reinschmeissen? Jo. Den Rest mache ich gleich im Prozessor. Ich mache gleich Promethium... Palette. Oh ja. Ähm. Jetzt habe ich noch Crushed Stone. Aqua Plant Sprout. Das ist echt das. Ich bin gespannt, dass das hier geht. Ja. Nicht mehr Wunder. Jedes Mal in Food-Prozesse geht. Obwohl es mal anbauen muss. Ja, ja. Ja, ja. Salami ist am Produzieren. Da hat eigentlich die Uhr. Die Uhr... Ja, noch fast nichts hier. Ja. Aber bei 9, 10. Ja Gott, ey. Das muss man noch machen. Eine Minute, oder? Eine Minute. Oh. Das ist schon mal 2-3. Ich muss ins Klo. Ja. Top-News. Pass auf. Ich bin schnell eine Minute weg. Selbstverständlich. Das ist nie... Nein. Das ist halt... Life. That's the way of life. Das ist genau so. Da fehlt noch etwas Action. Oh, das macht unser... Oh, das macht unser Zeug kaputt. Sauhunde. Ich muss noch das Flicken-Zeug dabei haben. Die ganze Zeit. Viele rennen zu flattenen. Nein, nein. Das ist ein Repair-Teil. Dann muss ich noch ein Repair-Teil machen. Und 2. 1 Elektronik. Ja, da, 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 da. Ping. Ja, das sollte schon nicht unsere Beins kaputt machen. Das müsste ich. Ja. So. Mal schnell mit diesen Pellets. Das ist jetzt sicherlich das Auto ab. Und so. Und die wegklicken. Anklicken. Äh... A Drilled Charge, was ich auch noch gemacht habe. Okay. Ich schaue 2. Wir haben jetzt schon wieder Prometrium-Pellets gemacht. Remove and Repair-Charge. So. Dann können wir dann wieder Pellets machen. Okay. Jetzt haben wir noch neun. Hm. Eins, zwei. Das brauche ich auch noch. Haben wir noch alles gebraucht? Oh, da hat er noch viel. Da kann man noch einmal füllen. So. Bin ich auch wieder da. HZ. Gut, genau. Wurde ich jetzt gefragt? HZ heisst Hallo, zurück. BD heisst wieder da. Mhm. Mhm. Schauen wir, was wollen wir? Einen Skate-Boot-Umbau in der Zukunft? Um einen Bodengefährten? Hm. Hm. Ich habe den Salami... Kann ich das Ding da um Wasser fahren? Oder fahre das über Wasser? Ja, das haben wir auch schon gefragt. Aber so, wir... Jetzt musst du mal schauen, vorher ist das Plant-Monster hierher gekommen, dann hat mir das Base kaputt gemacht. Was? Ah, okay, dann machen wir ein Repair-Tool. Ah, okay. Nur eins produziert? Klar. Weisst du, was du das für Material brauchst? Nein, ich habe dich voll vergessen. Ah, in Elektronik hat die Firma dort gekauft. Vor allem, zum Flicken braucht es gar keine Charge. Das habe ich jetzt gerade gemerkt. Ich habe ja noch null Ammo. Aber ich kann den Flicken. Brauchst du nur zum Abbau. Aha. Wahrscheinlich nicht gewusst. Hä? Also merkt man, dann könnt ihr nicht... Oder brauchst du nämlich die blöden Fuel-Packs. Die wir sonst manchmal schon brauchen. Oh, ja, ja. Und weil jetzt hier so schöne Nacht ist, machen wir jetzt hier bei dieser schönen Aussicht ein kleines Folgenpoiselein. Wir sind vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat mir gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ich hoffe, es schaut euch beim nächsten Mal auch wieder ein. Tschüss zusammen, mach ich's gut. Tschau. Du schon wieder Helm vergessen, Spaggy. Ich auch. Ja, ich bin halt da. Ich bin halt nie da raus, dann kann sie nicht. Tschau. 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 Schau. Tschau. glamour. Message in Kas. Tschau. Spass. Jonas. AfD. Avant Wereld. Ei. Gef Then unless powered by rubla. Was. Twenty. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018